Hinter dem heutigen Türchen kommt eine Münze, die mein Herz als USA-Fan doch ein wenig höher schlagen lässt, und zwar eine 10-Dollar-Münze aus dem Jahr 1907. Dargestellt ist der Weißkopfseeadler mit einem Brustschild, Zweig und Pfeilen und auf der Rückseite der Freiheitskopf mit Diadem, umgeben von 13 Sternen, die für die ursprünglichen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika stehen. Die Münze hat einen Durchmesser von 27 mm, sie wiegt 16,718 Gramm und ist in 900er Gold geprägt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen! Untertitelung des ZDF, 2020